Herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Together Diablo 3. Ich bin Rektralin und... Ich bin Soevo. Ihr schaut wie bei Game Soevo. Soevo hat super gut gelapelt, deswegen Daumen hoch für Soevo. Ganz toll. Der ist nach seinem kläglichen Tod jetzt wieder fast oben auf. Ich glaube Level 20 ist er jetzt oder so. Irgendwie sowas. Nein, wir sind Akt 3 Hölle, Anfang und Level 56. Also so, dass wir jetzt quasi den letzten Rest noch miterleben. Oder ihr ihn noch miterlebt. Und großartig coole Sachen gefunden habe ich eigentlich noch nicht. Von daher passt das alles. Irgendwie immer. Ja. Ja, so schon das eine oder andere Legendary gefunden, ja. Ja, diese typischen Level Sachen halt, aber jetzt nichts berauschendes. Die Waffe, die ich hier habe, hat 500 DPS. Das ist halt irgendwie nichts im Gegensatz zu der, die du da hast. Ich bin ja auch Level 60. Ja, 56, ne. Das ist im Prinzip ja nicht mehr weit. Und ja. Wie gesagt, Akt 3, Anfang Hölle. Und da gehen wir jetzt einfach von dem Punkt an. Werde ich jetzt nichts mehr alleine machen, sondern wir gehen jetzt hier ganz normal wieder zusammen. Nur noch rum. Ja, weil wir haben uns halt gedacht, oder so, Ivo hat sich gedacht, dass es besser wäre, wenn wir das so machen. Ein bisschen Offscreen-Levelen. Weil es ja doch langweilig wäre, wenn wir schon wieder von Anfang an anfangen würden. Und dass wir im Prinzip nicht so einen großen Rückschritt halt einfach haben. Ja. Und ich habe mir aber auch gedacht, dass wir das kurz vor Level 60 eben wieder anfangen, damit wir dann die Ausrüstung, die wir jetzt finden, letztendlich dann sehen und ich dann nicht mit irgendwelchen Übersachen da bin. Ja. Die alle irgendwie Offscreen-mäßig gefunden haben. Das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen, ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder einzusteigen. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert, bis neue Folgen gekommen sind. Ja. Wo wir einfach den Level wieder erreichen wollten, ab dem es Sinn macht, sozusagen. Ja, dann geht es jetzt hier ganz normal auch mit dem normalen Rhythmus von zwei Tagen wieder weiter. Ja. Könnt ihr euch drauf einstellen. Okay. Brenner auch mit Einhand ein Schild anverräumen, damit wir hier nicht nochmal so ein Debakel so schnell erleben. Und wie gefällt dir der Barbar so? Ja, ich kannte den ja sowieso schon, ne? Ich meine, ich hab das damals ja auch schon gesagt. Da war es halt einfach das Stärkste momentan, meiner Meinung nach. Einfach nur lächerlich. Wenn es jetzt normalen Modus wäre, würde ich wahrscheinlich rumwirbeln und fertig. Aber das macht halt hier kaum Sinn, weil mir da doch ab und zu mal stirbt. Ja. Das stimmt wohl. Die Chance ist gegeben, würde ich sagen. Wenn ich mir die Lampe anmachen. Signalfeuer. Ja, Lampe, sag ich ja. Hm, Plagefeuer. Das ist keine Lampe. Ich so nenne. Alles andere als eine Lampe. Ich würde das dasselbe. Meisterlampe nennt man auch einen Hasen und das ist keine Lampe. Mhm. Oder ein Meister. Das ist auch dein Name. Ja, und ich nenne die Dinger Lampe. Ja, okay. Das ist mein Name für sowas. Muss ich nichts weiter zu sagen. Ich habe heute wissenschaftliche Grundlagenforschung geleistet und zwar habe ich unter der Erde in Minecraft ein Feld angelegt, wo Sachen wachsen. Also, bitte. Okay. Wenn du es sagst. Ist wohl gut. Na, das ist, was ich brauchst. Das ist ein Fackel. Quasi synthetisches Licht. Ich bin total begeistert. Ich nicht. Warum? Was wohl uninteressant ist. Doch, das ist wohl spannend. Die Leute hier kennen sich aus, was spannend ist. Okay. Alles klar. Könnt ihr ja mal sagen, ob das spannend war oder nicht. Alles andere als spannend. Ja, mega spannend war das. Nur spannend kann man gar nicht sagen. Achso, die Dinger fahrt ich kein eins, aber weil sie eh kacke sind. Wie du da runterhübsst, Mann, ey, voll der faules Sack. Oh, Mann. Du hast doch der, der mir erzählt hat von mir. Ja, ich bin da rumgehübt und dann bin ich gebackt gewesen und dann muss ich nochmal neu starten und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das war jetzt von dir. Okay. Wenn du es sagst. War jetzt hier mal sowas cooles. Guck. Sein Falle, Unfall. Ist aber ganz gut, jetzt wo wir das Mikrofon ein Stückchen weiter weggestellt haben. Ja. Können wir ein bisschen lauter haben, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja jetzt schon ein bisschen lauter eingestellt als sonst. Das habe ich jetzt einfach eigenes Mensch entschieden. Wir werden es vermerken. Der Ton irgendwie ein bisschen blut ist. Katze, hör auf mit dem Scheiß. Die macht den jetzt zur Zeit immer Scheiß, ne? Ja, die macht vor allem, die fängt die erst an, wenn es ums Aufnehmen geht. Ich schwör dir, heute Morgen, die ganze Zeit so, oh, ich bin toll, du bist toll, wir sind so alle toll. Oh, ein neues Schild kommt. Ne? Mach mal gucke hier. Ui. So gut. Stärke. Ich könnte nur 12% blocken und ich habe bei dem anderen 7% Leben drauf. Okay, das ist scheiße. Und Kontrollverlust-Effekt um 13% runter ist auch gut. Ich glaube, das ist halt so cool. Hat noch weniger Block. Ich denke, das lohnt sich nicht. Ich habe heute Morgen da rumgeschmust und so, dann war sie weg und dann wollte ich anfangen aufzunehmen, mit dem Moment, wo sie gemerkt hat, wer nimmt auf, ich mache jetzt Scheiß weg. Ohne Scheiß, du bist so gut. Ohne Scheiß, du bist so gut. Katze halt, ne? Kann sowas. Hast du angemacht, hast du schon. Ja, diesmal habe ich es angemacht. Ich hoffe, du hast vorher alle anderen angemacht. Ja, ja. Ich denke. Ich denke, die Katze stört doch, dass ich meine Decke hier habe, ey. Okay. Natürlich super, was du da gemacht hast. Ich fühl's auch gut. Ich freue mich schon, wie du das nächste Mal sterben wirst. Ja, indem ich da hochspringen und dann mal wegkommen, meinst du? Irgendwie sowas, ey. Oder wir hier eingefroren bleiben für eine Million Jahre. Könnte auch daran liegen. Immer noch kein Legendary, ey. Wie lange spielen wir schon? Du mein Zeug aufsammelst, ey. Echt? Nee. Wollst du nicht? Ganz schön dreist. Und die waren fast besser für dich. Oh, die Verschwendung. Die waren voll besser für dich, aber egal. Wie, was war das? Schuhe. Na aber, die waren besser. Ja, und zwei Punkten zumindest schon. Na, das ist doch nicht genug. Zwei von drei ist nicht genug. Nee. Ja. Wenn es vier von drei wäre, würde ich nochmal nachgucken. Aber. So nennen. Es müsste Diablo auf Gameboy geben. Auf Gameboy? Ja. Das wird zwar verrückt. Ich bin ja immer noch interessiert an dem PS1 Diablo irgendwie. Ich auch irgendwie. Und den Diablo 1, ob das cool wäre. Ja. Da hat sich aber noch nichts getan, kann ich euch sagen. Von unserer Seite aus. Was soll sich da auch so schnell tun? Da muss man erstmal Glück haben, dass man es irgendwie in die Finger kriegt. Denke ich. Ja. Ja, das stimmt wohl. Zum Download gibt es das ja seltsamerweise gar nicht mehr. Hätten wir meinen können jetzt, wo es heißt, Blizzard und Sony strategische Partner, bla bla bla. Das ist ja klar, dass die da ähm. Dass du als Link setzt so ein Lord rein. Ja, genau. Könnte natürlich sein, dass das mit einem alten Publisher irgendwie nicht so richtig funktioniert, dass da die Rechte nicht da sind oder sowas. Könnte natürlich sein. Man weiß es ja nicht. Komm jetzt zu Otto. Was ist denn mal in Ruhe hier? Ungehalt. Komm, ist ja da, ist ja wieder weg. Das sind die besten Gäste. Schon klar. Hallo, hier ist das Gastgeschenk. Tschüss, ich muss gehen. Ja, eigentlich können wir hier aber komplett durchrennen. Ich denke, so Level 60 sollte ich hier werden irgendwie. Wie? Ich meine, dass wir jetzt nicht irgendwelche Mini-Dunge und sowas mitmachen. Ja, ja. Sondern wirklich straight wieder in den Inferno gehen und gut das. Habe ich schon natürlich anders vorgehabt jetzt. Bei 56, kurz vor 57 jetzt, krieg mir die ja auch noch mehr EP. Soll ich ja eigentlich drinnen sein irgendwie. Ich denke schon. Oh, Asthma da, bla bla bla, ich bin der große Komische, der hier nur mit seinem Kopf rummacht, bla 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 bla, mach die Tür auf, du Depp. Ey, wisst ihr, dass es macht? Du bist da, bewegst's Maul und keiner kann was anderes machen, bist du fertig, bis mein Maul bewegt. So ist es halt. Hört mir zu, ich bin der große Waber-Maul. Das ist eh das Beste. Diese ganzen Bösewichte und so, die haben doch eh irgendwie so ein Aufmerksamkeitsdefizit. Die müssen die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen und die erzählen, wie toll sie sind. Ich hab das und das geplant. Jetzt seid ihr alle im Eimerscheiß. Liegt ein Schild rum, ne? Ich hab das wahrscheinlich schon für dich. Ne. Ich glaub schon. Ne, ne, höllische Lipps nicht geil genug. Ich brauch ein Legendary Schild. Vor allem ist es, selbst wenn ein Legendary Schild droppt, heißt der nur lange, dass es für dich ist. Klar ist das dann für mich. Ne, wo ich Stärke drauf sein kann. Ja, der ist keine Stärke drauf. Hehehehe. Jetzt sowohl gern. Weiß doch jeder, dass da keine Stärke drauf ist. Ja. Ein Schild, das ist für Schildklassen. Hehehe. Für nen Baba. Wer? Baba? Mhm. Seit wann ist das für ne Schildklasse? Ja, was denn sonst? Ein Wirbelsturm. Mhm. Otto. Wär nett. Jetzt sammeln wir einfach mal alles ein. Was ist das? Was ist das? Ansichtssache. Verschwendung, wenn man Sachen umliegen lässt. Ne, das nennt man Müll. La 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 la. Töte ich mal lieber schneller. Level 60er. Ich bin hier nur um in der Vergangenheit zu schwelgen. Zeitzielen und so. Genau. Nur das es hier schon Level 60 Drops gibt, ne? Jawohl. Musst ja doch die Sachen einsammeln. Ne, musst du net. Das Problem ist, dadurch dass du jetzt auch ein Mini bist, hab ich wieder das Problem, dass ich total oft denke, dass ich du bin und umgekehrt. Das ist dein Problem. Vorne ist ein Bobo. Ja. Der ging irgendwie schnell tot. Ja. Oh Schuhe, sind aber scheiße. Oh Ring, ist aber scheiße. Das geht nicht. Schade. Ja, ja. Müsst ja ein Jump da hoch. Ein Jump da runter. Ja, der Jump ist immer. Der ist scheiße, Mann. Bist er nicht? Ich hab ihn nicht, also ist er scheiße. Ach so. Das weiß so jeder. Ansichtssache. Ist ein mal eins der Logik. Ach das ist Ansichtssache. Ja. Kann man sich sagen, kundenlangen Mathematik. Und du was sagst? Wie auf der Arbeit, wenn du Sachen mit Leuten durchrechnest, die sagen ja, ja. Und dann am Ende. Was kostet's? Heißt dann ja, ich hab dir was anderes raus. Das ist auch gut, auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Das hab ich oft. Und wenn du dann fragst, ich weiß nicht, was rechnet, wie rechnet sie das denn? Dann legen die Leute oft auf. Ja. Bevor sie dann sagen können, ich bin Mathe an Alphabet. Okay. Schade. Und das muss ich sagen, der nicht rechnen kann. Ja, ich weiß. Ich weiß, ob er das nicht an mir liegt, weil ich von einem Taschenrechner unterstützt werde, der natürlich funktioniert. Ach so. Aber keine Angst, ich hab meinen PC-Rechner. Weil? Ich hab so einen Solarrechner, weil's auf der Arbeit zu dunkel ist. Weißt du nicht? Sagt der immer, die 6, die geht nicht. Das hast du schon mal erzählt, irgendwann. Kann. Kann's schon sein. Und dann nehm ich immer den Computerrechner, den PC-Rechner. Und der funktioniert. Oh Wunder, ne? Jaja. Spockiert nur Nullen aus. Bei den Computern wäre das schon nicht verdächtig, wenn das nicht gehen würde. Sag ich jetzt mal. Ist das das letzte schon oder das erste? Das erste. Na aber... Ja. Nach dem machen wir dann mal einen Cut, würde ich sagen. Okay. Okay. Dum 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 dum. Die können irgendwie gar nichts. Ich bin nur froh, dass ich schon wieder 6 mit Huffchats bin. Nochmal sterben will ich nicht. Ne? Ne. Irgendwie war das ganz schön langweirig und nervig, das Level. Ja? Irgendwie schon. Ich bin dafür, dass du als nächstes stirbst. Ha! Ich bin schon mal gestorben. Zweimal. Zweimal. Das heißt, du musst als nächstes sterben. Klar. Man stirbt nur mal zweimal. Und dann sterben musst du für mich leveln. Ich hab überhaupt keine Zeit für so'n Quark. Mhm. Ich auch nicht. Naja, das sind wir uns ja einig. Ne, also sterben wir nicht mehr. Ne, vielleicht hast du das als wär's dann zu Ende. Ach so. Das dauert ja gar nicht. Ich bin echt mal gespannt, wann halt die PS4-Version dafür rauskommt. Die PS4-Version ist ja angekündigt. Ja. Für... Was kostet denn ein PC-Coach? Ein PC-Coach, ne? Ist teuer. Ist immer noch teuer. Ja, klar. Ab unter 30 kriegst du es selbst. Weißt du? Ja. Vier mehr. Jetzt dürfte nix mehr kommen, oder? Ja, das war das Spiel. Ja, ich würd sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle, bevor du da weiter rennst, du Vogel. Ist ja gut. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.